Können Sie mich hören? Es waren Distras. Es ist vorbei! Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, 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 es ist nicht vorbei! Jedenfalls noch nicht! Isaac, wir haben ihn gebaut! Also können wir ihn zerstören! Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Strauss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich. Aber wir mit Wortmeldung. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Strauss! Strauss! Wo wollen Sie denn hin? Oh, scheiße! Das ist ein Regierungssektor. Die Begründung ist immer das Gleiche. Durch die Begründung. Nach den Sitzungen hatten Sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Sieh dich nur an, wie ein Rüstung geworden bist. Du willst mir nicht. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Hier ist Big Director Taitman. Alle überlebenden Squads haben Rückzugsversiel. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endfaser hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um die Gefängnisse zu kompetieren. Die Gefängnisse sind aktiv, um die Gefängnisse zu kompetieren. Es geht durch die Gefängnisse. Das war's für heute. 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 Okay, 15 Minuten Pause. Spiel schön. Spiel schön. Spiel schön. Spiel schön. Spiel schön. Spiel schön. Untertitelung der Auftrag des ZDF, 2020 Ah! Ah! Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Die Pause ist zu runden. 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 Und Sie? Mechaniker. Ein Nerf. War klar. Die Pause ist zu runden. 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 Das war's für heute. Oh, alles in Ordnung, Herr Einsatz? Ich glaube, das waren erst mal alle. Warum hat Taitman den Strom abgeschaltet? Was haben sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Unithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Taitman hat mit den Kurz-Ochee-Morter in unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt da hin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Aja. ARD Text im Auftrag von Funk Oh, 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 oh! Das war's für heute.